Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga, Saison 20, 22, 23 mit den Predictions. Los geht's alle Spieler live auf Sky und in der Sportschau im Radio. Heute um 18.30 Uhr live auf Sky-Sport-Bundesliga 2 und in der Sportschau im Radio. Das große Hamburg-Derby, Hamburger Sportverein gegen den FC St. Pauli. Das Ganze geht 3 zu 1 aus für den HSV. Herzlichen Glückwunsch! Dann SV Darmstadt auf 90 und Karlsruhe SC trennen sich 2 zu 2. Unentschieden. Dann morgen um 13.00 Uhr live auf Sky-Sport-Bundesliga 2 und in der Sportschau im Radio. FC Hansa Rostock gegen Spielverein Guggen-Kräuter führt. 2 zu 3 für Fürth. Dann Arminia Bielefeld und da liegt Hannover 96, 2 zu 4. Erst als der Nürnberg gewinnt gegen Fortuna Düsseldorf 3 zu 2. Und dann das Tipico-Topspiel der Woche der 2. Fußball-Bundesliga um 20.30 Uhr live auf Sky-Sport-Bundesliga 2, Sky-Sport-Bundesliga-Top-Event, Sky-Sport-Bundesliga-UHD, Sport 1 und in der Sportschau im Radio. Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Magdeburg. Das Ganze geht 1 zu 3 aus für den 1. FC Magdeburg. Herzlichen Glückwunsch! Und übermorgen um 13.30 Uhr 1. FC Rheinheim und Holstein-Kiel trennen sich 1 zu 1. Dann SSV Jan Regensburg spielt gegen 1. FC Kaiserslautern torlos 0 zu 0. Und der SV Sandhausen gegen den FC Paderborn 0 zu 7. Das Ganze geht 0 zu 5 aus für den FC Paderborn 0 zu 7. Herzlichen Glückwunsch! So, das war's vom 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit den Predictions für die Saison 20, 22, 23. So, wenn auch das Video gefallen hat, dann lasst ein Dornbier nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nimmst das Glöckchen. Das nicht vergessen, sagt ihr, wie ihr das verpasst. Keine Benachrichtigung auf den Channel. Bis deiner. Gut kickt, ciao!